Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Ich habe ein klein wenig trainiert. Naja, was heißt trainiert? Ich habe halt versucht, die meisten der Abilities zu erlernen, die es noch zu erlernen gibt. Weil Zidane haben schon gar nichts mehr. Sie lernt noch die beiden... Oh, die vier, drei, vier... Keine Ahnung mehr! Drei Sachen. Peinlich! Und ja, Vivi hat eigentlich auch nichts mehr zu lernen. Oder die Waffen sind bei anderen Charakteren angelegt. Aber er hat hier noch eine Menge zu lernen. Oh ja, eine Menge, 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 Menge. Nebenbei habe ich dann auch noch die freundliche Yeti-Fresse getroffen, wie ihr jetzt unten links sehen könnt. Und ja, unser nächster Schritt ist nochmal zum Baum Ifas. Denn da soll sich Jakuya aufhalten und wir warten ja auf seinen Gegenzug. Wie schön der Baum ohne Nebel aussieht. Ein wenig ist noch von dem alten Nebel übrig geblieben, aber neuer scheint nicht entstanden zu sein. Dann war Kuja wohl auch noch nicht hier. Was ist mit dem Nebel? Wir haben alle zusammen dieses Monster fertig gemacht, das den Nebel erzeugt hat. Deswegen herrscht wieder klares Wetter. Wieder klares Wetter? Wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wie die das geschafft haben. Ja, wir sind stark! Zidane, ein silberner Drache! Tatsache! Und soweit ich mich erinnern kann, ist Kuja damals auf einen silbernen Drachen aus den Ruinen Bumequias davon geflogen. Das ist Kuja! Er ist tatsächlich gekommen! Endlich ist dieser lang ersehnte Tag gekommen. Der Tag, an dem mein Traum in Erfüllung geht und ich mein wahres Ich enthüllen kann. Die Barriere Ifas scheint aufgehoben, aber das interessiert mich nun nicht mehr. Es ist nichts weiter als eine eindeutige Kleinigkeit. Äh, unbedeutende. Entschuldigung. Woran mag es wohl liegen, dass der Baum Ifas heute noch prächtiger erscheint? Seine Schönheit wird sein Existenz als Mutter aller Bäume wahrlich gerecht. Ich habe mich entschieden, mein kleiner Silberdrache. Seine Baumkrone soll meine Ehrenloge sein, von der ich das Schauspiel beobachte. Wechseln! Ja, passt. Äh, ja, schön. Ich würde mal sagen... Äh, Vivi? Ich weiß nicht, weil ich möchte ja auch, dass Lili ihre neuen Abilities alle so erlernt und auch im Level aufsteigt. Vivi ist ja jetzt schon auf Level 31, aber wir können seine Zauber gut gebrauchen. Ach, ich weiß nicht. Tauschen wir mal so. Menü können wir auch aufrufen. Ach, wie praktisch! Wie praktisch. So, wir haben hier nur... Ja, die Wünschelroute legen wir mal lieber nicht an, sonst heim wir ja die Gegner. Sternenroute ist besser. Oder? Ah, verziert mit kleinen Sternchen. Effektivität des Angriffe-Elements Schatten wird halbiert. Das ist schön. Aber ansonsten lernt sie auch nicht wirklich was, außer Vollmond. Tja. Tja. Na, egal. Passt schon. Ah, dann müssen wir diesmal nicht nach unten, sondern nach oben. Kuya wollte sich ja in der Baumkrone niederlassen. Oh, ein Peridot. Schön. Ich mag Edelsteinchen. Diamonds are girls best friend, wa? Laut dem Spiel hier sowieso. Denn dadurch erlernen ja unsere lieben kleinen Espa ihre Bestie einzusetzen. Und den Weg hier fände ich schon immer nervig. Uh, Kannibale wurde erlernt. Sehr schön. Gleich mal nachgucken, was er noch lernen kann. Ähm, wo ist es denn da? Na, das ist mit dem... Hm. Bin ich sonst noch irgendwo in... Nee. Ach, Mensch. Dann lernt er halt noch in Sumia. Warum denn auch nicht? Wenn wir hier weitergehen, kommen wir nicht zur Baumkrone. Ja. Dort oben auf der Baumkrone ist er gelandet. Und wie kommen wir da jetzt hoch, Zidane? Wir klettern einfach. Ich bin noch nie geklettert. Ich bin noch nie geklettert. Unsicherheit. Warum gehst du nicht alleine? Wird wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn ich alleine in Tsukuya gehe. Wie konnte ich nur gegen so ein Weichei wie den da verlieren? Boah. Sagte. Schmeiß mir ja keinen runter. Du Trampel. Unnötiger Ballast wird abgeworfen. Eine Faustriege zum Überleben. Unmenschlich. Sehr unmenschlich. Ja, ja, aber wir haben unsere eigene Methode. Ich habe eher das Gefühl, dass ihr gar keine Methode habt. Hey, du, spiel dich nicht so auf. Schließlich hast du gegen Zidane verloren. Klappe, du Kind. Da kommt mir doch glatt eine Idee. Du schuldest mir doch noch was. Stimmt's, Margon? Wie wär's, wenn du deine Schulden jetzt begleichst? Und wie? Hier wächst überall Gargantula-Kraut, also müssten irgendwo ein paar rumlaufen. Wärst du so nett, eine zu fangen? Dann können wir alle zusammen nach oben. Was für eine schwachsinnige Idee. Findest du? Wie konnte ich nur gegen den? Hey, hey, sofort! Ah! Oder so. Okay, dann nehme ich dich Huckepack, Lilly. Bitte, was? Zidane, lass mich wieder runter! Ja! Den Schwachen wird durch die Kraft der Starken ihre Freiheit genommen. Das ist die Natur und die Logik des Stärkeren. Der Schwache stirbt und der Starke überlebt. Und deswegen benötige ich noch mehr Kraft. Und ich erfuhr von einer Kraft, die sogar er fürchtet. Zehn Jahre sind seitdem vergangen. Es war für wahr eine lange Zeit, aber schon bald werde ich diese Kraft, diese Macht, mein Eigen nennen. Ich spüre schon das Rasen meiner Seele. Bis hierher sind sie also gekommen. Nun gut. Bis diese Elefantenkuh hier auftaucht, kann ich mir auch die Zeit mit diesen Ungeziefer vertreiben. Ey! Er erwartet also Königin Brain. Nicht schlecht, Margon. Meine Schulden habe ich beglichen. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was ihr könnt. Das ist also... Kuja. Okay. Boah. Mann, oh Mann. Ich würde sagen, kurz mal das Menü aufrufen. Das sieht gerade noch nicht ganz so gut aus. Deswegen heilen wir mal durch. Und sind bereit für den Kampf. Kuja, der Mann, der die Schwarzmagier gemacht hat. Wenn dieser Typ euer Feind ist, dann ist er auch ein Feind von Alko. Okay, auf ihr mit Gebrüll. Ihr seid also Kuja? Ich... Ich bin... Ich bin Garnettil Alexandros, Prinzessin von Alexandria. Ich bin gekommen, um euch eine Frage zu stellen. Wart ihr es, der die Königin Alexandrias verleitet und den Krieg auf den gesamten Kontinent heraufbeschworen hat und in dessen Händen alle Fäden dieser dunklen Intrigen zusammenlaufen? Warst du es, der all meine Freunde, die Schwarzmagier geschaffen hat, um sie als Werkzeuge im Krieg zu benutzen? Aber was sehe ich denn da? Die Prinzessin im Besitz einer meiner kostbaren Marionetten. Seid unbesorgt, Prinzessin. Ich besitze nicht die Kraft, all dies zu vollbringen. Ich habe ihr nur das Rezept gezeigt, wie man es bewerkstelligen könnte. Als erstes lässt man eine fein geruhte Seele garen. Dann schmeißt man die mit viel Liebe zubereitete Schwarzmagie in die Pfanne. Sei sofort still! Und zu guter Letzt nimmt man dann die Reste der gegarten Seele, vermischt sie mit der Schwarzmagie und schon hat man eine seelenlose Marionette. Reste der gegarten Seele? Redest du vom Nebel? Zuerst wollt ihr es nicht hören und dann wiederum doch? Ihr solltet euch entscheiden. Aber wenn ich es mir so recht überlege, ist es für euch ein bisschen zu früh, alles zu erfahren. Fühlst du denn überhaupt gar nichts, das Leben so vieler Menschen zu opfern? Lächerlich. Jeder tötet, um zu leben. Der eine mehr, der andere weniger. Aber was macht das schon für einen Unterschied? Zu den ersteren gehört übrigens auch deine Mama, liebe Prinzessin Garnett. Sie ist von ihrer Gier nur so besessen und muss einfach alles besitzen, um ihr ausgetrocknetes Herz mit Glück zu erfüllen. Ich soll für diesen Krieg verantwortlich sein? Oh nein, es war der Wunsch deiner Mama ganz allein. Ich habe ihr nur von Zeit zu Zeit einen Ratschlag erteilt. Alles Lüge, meine Mutter war ein lieber Mensch, aber du hast sie verleitet. Vorhang auf und Bühne frei, gerade rechtzeitig. Und nun sieh selbst das wahre Gesicht deiner Mama, mein kleines Täubchen. Erster Akt, das Ende einer hässlichen Gier. Erster Akt, das Ende einer hässlichen Gier. Kuya, du törichter Kerl. Ich habe dich schon längst beim Baum Ifas erwartet. Übrig bist nur noch du. Wenn ich mit dir fertig bin, dann wird die Welt mir gehören. Aber ich habe deinen Beitrag zu meinem Erfolg nicht vergessen. Und zum Dank werde ich dir die volle Ladung servieren. In die gesamte Flotte. Die Schwarzmagier sollen beginnen, ihre gesamte Magie zu konzentrieren. Lass Kuya doch ein wenig in der Luft tanzen und dann feuert, was das Zeug hält. Oh je. Oh je. Befehl ihrer Majestät. Alle Magier sofort damit beginnen, ihre gesamte Magie zu konzentrieren. Oh mein Gott. Das geht nicht gut aus. Oh nein. Aber, aber warum? Deine Mama scheint sich mit einem Kontinent wohl nicht zufrieden zu geben. Ihre Hässlichkeit und ihre Dummheit lässt mich beinahe in Tränen ausbrechen. Aber es verläuft genauso, wie ich es erwartet habe. Was meinst du damit? Das wahre Schauspiel beginnt erst jetzt. Schaut es euch an und genießt es. So einfach lassen würde ich nicht davon kommen. Neuer Nebel wird nicht mehr ausgestoßen. Aber es gibt noch jede Menge in den Höhen und in den Wäldern. Na und? Deswegen kann ich mit meiner Magie immer noch Monster erschaffen. Erwacht, Bestien des Nebels. Oh je. Ihr seht ja eklig aus. Yep. Nebelmonster. Na gut, wir können ja mal was werfen. Wie wäre es mit einem Morgenschein? Er kann auch Ausrüstung werfen, aber die ist mir momentan noch ein bisschen zu wertvoll. Vor allem fürs Schmieden. Wow. Alter. Okay, ich habe vergessen, wie viel das abzieht. Juhu. Und lernt gleich noch Götterspeise dazu. Drei AP sind aber auch nicht wenig. Nee. Nee. Untertitelung des ZDF, 2020